Bewaffnete Männer gehören zum Straßenbild in Jemens Hauptstadt, Sana'a. Bei vielen schmücken Krummdolche, sogenannte Jambias, die Gürtel. Die respektanflößenden Waffen sollen weniger mögliche Angreifer abschrecken. Sie sind ein Statussymbol mit uralter Tradition. Wir Jemeniten prahlen gern mit unseren Jambias. Wir tragen Dolche aus Silber oder Gold. Jambias haben Tradition, sie gehören zu unserer Kultur. Tatsächlich sind die scharfen Schmuckstücke eine Art Ausweis ihrer Träger. An einem solchen Dolch sind sozialer Status und Stammesangehörigkeit ebenso abzulesen wie der Beruf. Sie sind mehr oder weniger aufwendig gearbeitet und können ein kleines Vermögen kosten. Dieses Exemplar ist mehr als 80.000 Dollar wert. Diese Jambia ist über mehrere Generationen vererbt worden. Die meisten, die sie getragen haben, kenne ich gar nicht und heute bin ich ihr Besitzer. Über den Wert eines Krummdolches entscheidet vor allem der Griff. Die wertvollsten sind aus Rhinozeroshorn. Jambias der neueren Generation haben Plastikgriffe aus chinesischer Produktion. Rhinozeroshorn ist seit einiger Zeit verboten, weil Nashörner zu den bedrohten Arten zählen. Heutzutage sind die Jambias selbst vom Aussterben bedroht. Mit Plastikgriffen ist der Waffenschmuck nichts Besonderes mehr. Und immer mehr junge Leute können mit der alten Tradition nichts mehr anfangen. So fragen sich viele, ob die Jambia ihren Platz in der jemenitischen Gesellschaft behaupten kann.